Nantes gegen Monaco am dritten Spieltag von Ligue 1 in Frankreich mit den Wetttipps und den Quotenboosts. Monaco kennen wir ja aus der Tatsache heraus, dass dort Adi Hütter, der ehemalige Gladbach- und Frankfurt-Trainer, mittlerweile coacht. Und das macht er ganz ordentlich, was anderes erwarte ich von ihm nicht. Monaco führt nach zwei Spieltagen die französische Tabelle an, 7 zu 2 Tore. Nantes hat noch kein Spiel gewonnen, beide verloren, ein Torverhältnis von 1 zu 4. Und die direkten Duelle dieser beiden Teams sprechen nicht unbedingt eine so deutliche Sprache. Das letzte Duell endete 2 zu 2 in Nantes, wie auch jetzt, spielen sie ja in Nantes. Und davor, auch in der Saison, davor beide Male unentschieden. 0-0 in Nantes, 1-1 in Monaco. Also, die haben theoretisch schon das Potenzial, zu Hause gegen Monaco gut auszusehen. Aber das ist ja auch alles Vergangenheit. Gegenwart und Fakt ist, dass dieses Sturm-Triumphirat aus diesem Markus Koko, Florent, Molet und Moses Simon, sowie dem Ägypter Mustafa Mohamed nicht gerade schlagkräftig ist. Mustafa, ein Elfmeter-Tor aus den letzten 6 Spielen. Simon, ein Tor aus den letzten 8 Spielen. Molet schießt nie Tore. Koko ebenfalls nicht. Also, was die Leute bei B-Win geraucht haben, um hier einen Quoten-Boost von beiden Teams treffen und mehr als 2,5 Tore im Spiel anzubieten, weiß ich nicht. Vor allem ist Nantes in der vergangenen Saison um ein Haar nicht abgestiegen und hat nur 37 Tore in 38 Spielen geschossen. Das ist weniger als ein Tor pro Spiel. Zu Hause 20 Tore in 19 Spielen, auch nicht unbedingt viel besser. Also macht es doch überhaupt keinen Sinn, auf so ein Team zu wetten, dass es trifft und dass in diesem Spiel viele Tore fallen. Okay, aber das wäre dann nur Sache von Monaco. Und dafür ist diese Quote von 2,1, also einfach nur nicht gut genug. Wir sehen hingegen hier, die Quote auf den Monaco-Sieg ist sogar am Fallen. Es ist aktuell 1,75, während die Quoten auf Unentschieden und auf Norn steigen. Also auch die Buchmacher gehen mittlerweile davon aus, dass Monaco dieses Spiel gewinnt. Und schauen wir mal, was die Menge dazu sagt. Ein Sieg auf Monaco, 65 Prozent sind dieser Meinung. Und wenn man einen relativ klaren Siegertipp hat, warum sollte man dann darauf wetten, dass der Außenseiter ein Tor schießt? Also das macht keinen Sinn. Norn hat dafür keine Argumente. Diese Wette ist nicht gut. Hingegen die 1,75 auf Monaco, okay, würde ich aufgrund der Datenlage auch so bevorzugen. Und sind wir uns ehrlich, eigentlich ist sogar beide Treffen Nein mit einer 2,2 eine viel bessere Wette als diese beide Treffen. Auch wenn dieser Quotenboost bei BWIN nicht der Redewert ist, ist trotzdem die Wettquote auf einen Sieg bei BWIN, also auf einen Monaco-Sieg, besser als bei anderen Wettanbietern. Außerdem gibt es da einen interessanten Bonus. Sichere dir bis zu 100 Euro BWIN-Bonus und eine 10 Euro Freebet über den Link in der Videobeschreibung.